So, ich hab's moderieren aufgegeben. Ich werde jetzt mit dem Schaschlik-Däner anfangen und Würstel grillen. Henni, stellst du mich ein oder muss ich jetzt erst einmal Probearbeiten? Hi Pia, ich freue mich, dass du da bist. Ich werde dir das gleich alles hier zeigen. Du hast ja auch Schaschlik, das Original Münchner Schaschlik und da ist nicht nur Fleisch drinnen, hast du gesagt. Da ist also Fleisch, Zwiebeln, Speck, Leber und Niere. Das ist das, was Schaschlik vom Fleischspieß unterscheidet. Also wirklich das Original Münchner Schaschlik und das wird schon 50 Jahre lang gemacht, hast du gesagt. So viel ich weiß, ja, ich bin jetzt die Dritte, die es hier macht. Das rät schon sehr gut. Ich bin ja eigentlich zum Probearbeiten da und ich darf es jetzt auch mal versuchen, oder? Weil ich muss mich gut anstellen. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Dann können wir gleich mal anfangen. Ja, freilich. Dann machen wir es so raus. Dann zwickst du es durch. Muss ich jetzt durchzwickern. In der Mitte bitte. So, dann nehmen wir ein Curry. Viel Curry. Viel Curry extra für den Kameramann, das ist auch recht scharf, oder? Ja, pass auf, dass die Kamera nicht das Pulver draufkriegt. Wer will sie probieren? Ein Schaschlik? Schminger. So eine gute Schaschlik gibt es nirgends mehr. Das Einzige ist Schaschlik und das ist da. Das Beste gibt es da, also das ist schon mal ein Argument. So, Henny, du stellst mich ein. Sofort, du kannst gleich da bleiben bei mir. Ich habe meine Kappe also gleich aufgelassen. Vorher muss ich aber noch etwas ganz Wichtiges machen, damit sie auch vorbeischauen können. Wissen muss gut ist. Musik